Paco, hier steht die kurze Weihnachtspause an. Was wirst du machen über die Feiertage? Ja, ich werde mit meiner Familie zusammen feiern. Wegfliegen ist ja in diesem Jahr leider aufgrund der Bedingungen nicht möglich. Ich werde die Tage mit meinen Liebsten genießen und hoffe auch, dass ihr alle schöne Weihnachten feiern könnt. Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, das wissen wir alle. Wir probieren euch hier immer ein bisschen zu beglücken. Ich glaube, euch fehlt der Fußball, aber ihr fehlt uns auch extrem. Im neuen Jahr hoffentlich irgendwann wieder mit Fans, dass alle wieder gesund sind, dass diese Pandemie überstanden ist. Gemeinsam alle stark bleiben. Wir wünschen euch wirklich als Mannschaft frohe Weihnachten und hoffentlich bis im neuen Jahr.